Servus liebe World of Warcraft Freunde, willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Mich hatten zuletzt einige Fragen erreicht, sag mal, was hat es denn mit diesem Item auf sich, dem hier, dem Smaragd Blüten Traumstein, das Ding bekommt ihr für diesen Erfolg hier Held, Saison 3 von Dragonflight. Dafür müsst ihr entweder mythisch Führer getötet haben, den Schlüsselsteinheld Erfolg haben oder den Elite-Rang im PvP erreicht haben. Dafür gibt es das Ding als Belohnung. Was ihr dafür bekommt, das will ich euch in diesem Video zeigen. Es ist tatsächlich nicht so viel Neues wie beispielsweise der Erdstein des Obsidian-Aspekts aus Season 2 oder in Season 1 gab es auch ein solches Item. Ich weiß allerdings nicht, warum der jetzt hier nicht angezeigt wird. Normalerweise sollte das da auch mit drin sein. Auf jeden Fall gab es das Ding eigentlich auch in Saison 1, wenn ich mich recht entsinne. Aber gut, jedenfalls, sobald ihr diesen Erfolg habt, 2500 Rating, Mythisch Führer, PvP, was weiß ich, kriegt ihr das Ding ins Inventar gelegt. Wenn ihr übrigens sehen wollt, wie ich mich auf 2.5 gespielt habe und so weiter und so fort, gerne meinen Zweitkanal abonnieren, G6 Plus. Da ist zuletzt, sind die ganzen Runs online gegangen, auch mit meiner Eule, 20er-Kies und so weiter und so fort. Wen es interessiert. Dann lest ihr nur, erfüllt eure Rüstung mit einem schwachen Echo der Macht des Maraggrünen Traums, was zusätzliche optische Effekte für bestimmte Klassenset-Vorlagen aus Amir Drassil, Hoffnung des Traums, freischaltet. Viel Gerede, aber letzten Endes ist es ziemlich einfach, was das bedeutet. Wenn wir jetzt mal hier schauen, ne, hier noch nicht, im Reitersets. Wir vergleichen jetzt einfach mal mein Druidenset, mythisch, mit dem aus den anderen Schwierigkeitsgraden. Und hier seht ihr jetzt, oder hier dürfte euch auffallen, dass beispielsweise die mythisch Schultern hier so eine Verzierung, so einen Rand drumrum haben, der jetzt, gut, der ist hier auch, aber gleichfarbig, aber hauptsächlich kommt aus den Schultern hier so ein, was ist denn das, Dunst, keine Ahnung, Rauch, whatever, raus. Und tatsächlich war es das auch schon so ziemlich. Ich glaube, das Druidenset ist jetzt nicht wirklich mit richtig vielen Effekten zugepflastert. Wir sehen, ist der Edelstein auf HC? Ne, das ist auch alles gleich. Es sind tatsächlich, glaube ich, echt nur die Schultern, wo sich was tut. In den vergangenen Patches waren es eigentlich immer zumindest Schultern und Kopf. Aber gut, kann man nichts machen. Aber ihr seht, was ich meine, dieser Effekt hier, der kommt aus den Schultern und so weiter von Heroisch und Normal nicht raus. Wenn ich jetzt dieses Item aktiviere gleich, oder gucken wir nochmal dafür rein. Wir sehen jetzt hier in dem Reiter, wie heißt denn der gute Kopf? Glutweisen. Darüber sollten wir es finden. Also ihr seht jetzt hier den normalen Kopf und ihr seht hier die Schultern aus tatsächlich sogar Normal, LFR und Heroisch. Wenn ich jetzt dieses Item aktiviere, werden mir zusätzliche Vorlagen freigeschaltet. Und wenn wir jetzt hier nochmal rausgehen und auf das Mount gehen, dann sollte das auch ersichtlich sein, was ich meine. Und zwar, wenn ich jetzt hier nach Glutweisen suche. Ah, perfekt, passiert nämlich gar nichts. Das ist interessant. Muss ich re-loggen? Weil das sollte nämlich eigentlich nicht passieren. Ihr dann, ähm, zum Beispiel habt ihr das gesehen, oder ich zeig's euch gleich nochmal. Ihr schaltet dann quasi den Schulterslot in derselben Farbe frei nochmal, aber dann zusätzlich mit diesem Mythisch-Effekt. Ähm, kann auch sein, dass dieses Item verbuggt ist jetzt. Das wäre dann der Vorfeld, wenn irgendwas nicht passt. I have no idea. Ähm, aber wir schauen einfach nochmal rein, sonst kann ich's euch auch einfach an einem anderen Item zeigen. Ah ja, und hier seht ihr's jetzt. Äh, zum Beispiel hab ich jetzt hier, eben waren ja diese Schultern des Glutweisen jeweils nur einmal drin in jeder Farbe. Und jetzt seht ihr hier, haben die Schultern den Mythisch-Effekt. Und das waren die, wie sie vorher waren. Und hier, das ist, glaube ich, ist das die HC-Variante, ist das jetzt auch. Auch lediglich bei der LFR-Variante scheint das Ganze nicht zu funktionieren. Und beim Kopf, da dürfte gar nichts passiert sein, weil da scheinbar diesmal kein Effekt drauf ist. Und so ist es, ähm, dementsprechend ist es bei der Eule zum Beispiel nur bei den Schultern. Aber bei anderen Klassen kann's auch sein, dass zum Beispiel der Kopf noch dabei ist. Das seht ihr dann jetzt zum Beispiel hier bei dem Set aus Aberos. Das war der HC-Kopf normal. Wenn man diesen Erdstein hatte, sah der Kopf dann so aus. Hat so ein Leuchten an den Hörnern bekommen und diesen Mond. Und bei den Schultern ist es genau dasselbe. Das waren die Schultern normal. Und mit dem Held-Item sahen sie dann so aus und hatten so ein leichtes Glühen da drauf. Also so könnt ihr theoretisch, wenn ihr bei eurem Set den Mythisch-Effekt gerne magt. Oder er mögt, magt, gutes Deutsch. Wenn ihr den mögt, könnt ihr den dann auch für die anderen Schwierigkeitsstufen freischalten, wenn euch da beispielsweise die Farbe besser gefällt. Und was ich glaube, warum es jetzt bei dem HC-Set nicht freigeschaltet hat, weil es stand ja dabei, bei Klassenrüstungssets, da hab ich nur die Eulen-Schulterklappen. Bei den anderen beiden, auf Normal und LFR, hab ich das Set-Teil. Ich denke, dass es nur mit Set-Teilen funktioniert. Oder so sieht es gerade aus. Bei Teilen, die zwar so aussehen wie euer Set, aber nicht zum T-Set gehören. Ich hoffe, dass es halbwegs verständlich funktioniert. So wie es aussieht, nicht. Aber gut, können wir jetzt nichts dran ändern. Werde ich auch noch irgendwann freischalten, bin ich mir sehr, sehr sicher. Wobei mir ehrlich gesagt, dieses neue Druiden-Set nicht so wirklich gut gefällt. Tatsächlich ist LFR sogar fast die coolste Farbvariante. Nun denn, wie dem auch sei, ich hoffe, damit ist das Item ein bisschen halbwegs verständlich erklärt worden. Es ist jetzt nicht den Rieseneffekt und man verpasst jetzt auch nichts, wenn man das nicht bekommt. Aber für all diejenigen, die diese Set-Effekte mögen und die Farbe des Mythisch-Sets aber beispielsweise nicht oder da nicht rankommen, wie auch immer, ist das eine ganz coole Geschichte. Und damit danke ich euch ganz herzlich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video. Habt eine gute Zeit und reingehauen.